Hallo Leute, ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, das ihr gewählt habt. Nämlich Digimon World 2003 auf der Playstation. Und ja, wir wählen erstmal Deutsch und schauen, was passiert. Okay, Starttaste. Okay, BANDAI! 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 Ja, das war das geile Intro. Einer der geilsten Intros eigentlich, die ich jemals auf der Playstation gesehen habe. Und ja, wir sollen die Start-Taste drücken. Äh, ich denke, wir machen hier Start. Es geht los! Kusanagi City, die Straßenecke. Sie sind spät dran. Was machen Teddy und Ivy denn bloß? Es bleibt keine Zeit mehr, um Digimon Online zu spielen. Wir wollen zocken! Ey, ich will Digimon Online spielen! Ey, wir sollen nicht kommen, aber Teddy hat's natürlich herumgezählt. Dieser Arschloch, dieses Arschgesicht. Sie hätten sich schon vorher eine Anmeldung besorgen sollen. Na, whatever. Hm, jetzt stehen wir da ein bisschen rum. Oh, Nachrichten! Neueste Meldung. Die Europa-Zentrale der Verbrecherbande A.O.A. wurde von der Internationalen Polizei SAP entdeckt. Die Razzia fand gestern um Mitternacht mit Unterstützung der Armee statt. Die Anführer der A.O.A. wurden vor Ort verhaftet. Man glaubt, damit eine Verbindung zwischen den A.O.A. und Internet-Terrorismus herzustellen. Das ist doch die Gruppe, die Digimon zu Bösem angestiftet hat. Ich kann nicht glauben, dass jemand Digimon so etwas antun konnte. Ja, ich auch nicht. Und? Wer kommt da rausgetanzt? Junia, warum redest du mit dir selbst? Das ist gruselig. What the fuck? Wollt ihr mich anmachen hier, oder was? Na endlich, Daddy, ey! Ich bin voll Agro hier. Und warum ist denn Ivy überhaupt hier, ey? Diese Schlampe. Du sagst immer, Digimon sind für Kids. Ich will Digimon online spielen, okay? Ich habe nie gesagt, ich hasse Digimon. Arschloch. Oh, jo, 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 ey. Oh, ich drehe mich erst mal im Kreise, ey. Yo, yo, ist voll hip. Yo, äh, Homies, äh, Junio, Ivy und so, äh, los jetzt. Auf zum Online-Center, yeah, ey. Wir sind voll die Homies. Wir streiten uns nicht, wir zocken jetzt. Okay. Ja, Streit ist schnell vorbei. Kusanagi City Online-Center. Boah, das sieht aber schon futuristisch aus hier. Das ist also das Magami Online-Center. Cool! Geile Scheiße hier. Yo, 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 ey. Das, das Fumatrix-System hier, ey. Boah, ich bin, ich hebe hier gleich ab, ey. Es digitalisiert unsere Ideen und Gedanken und sendet sie ans Netz, ey. Ist das voll krass hier. Wie geht das wohl? Ich will wissen, was dahinter steckt, ey. Yo, man. Hm. Alter, wir sind hier nicht zum Denken. Wir wollen zocken. Macht mal hinne. Ey, was macht ihr beiden denn da? Ja, da, da frage ich doch schon die ganze Zeit hier. Was soll der Scheiß? Los, wir richten ein Konto ein und betreten die digitale Welt. Ja! Yo, man. Nickt mir zu und los geht's. Yo, du futuristisch aussehende Frau. Willkommen im Magami Online-Center. Dieser Service ist für Reisende in die digitale Welt. Spielt ihr zum ersten Mal Digimon Online? Yo, man. Wir sind noch Nubis. Bevor wir euer Konto einrichten, ähm, müsst ihr euer Partner Digimon auswählen. What? What the fuck? Wählt ein Starter-Pack. A, B oder C. Jedes Pack hat drei Arten von Digimon. A ist ausgeglichen. Kotemon, Renamon und Patamon. Ja, mit den Namen kann ich im Moment nicht viel anfangen. Meine Erinnerung ist da stark eingeschränkt. B ist ein Kraft-Pack. Monmon, Agumon und Renamon. C ist ein Maniac-Pack. Kumamon, Gilmon, Patamon. Welches der drei hättet ihr gern? Hm, grummel, grummel, grummel. Puh, das ist aber schwierig. Ach, denk, denk, denk. Was ist, Juno? Worüber denkst du nach? Nimm einen Pack mit einem Digimon, den du magst. Ne, ist doch logisch. Teddy denkt an Patamon. Ich weiß nicht. Alle Packs haben ein Digimon, das ich mag. Welches Digimon magst du denn nicht? Nimm einfach einen Pack ohne einen Digimon, das du nicht magst. Jetzt denkt Teddy an Gilmon, glaube ich. Es gibt keine Digimon, die ich nicht mag, ey. Ich gehöre zu denen, die alle lieben, weißt du? Ich mag eben alle. Oh Gott, ey. Du bist so behindert, ey. Also wenn du alle Digimon magst, gibt es doch kein Problem, ey. Los, entscheide dich. Dann können wir ja nicht zur digitalen Welt, ey. Sonst zicke ich hier noch weiter rum, bis du tot bist. Ich denk, denk. Junior, hast du dich immer noch nicht entschieden, ey. Ich nerv dich tot, weißt du? Das solltest du aber. Sonst geh ich nämlich schon mal vor. Dann zucke ich vor dir. What? Oh, shit. Das können wir doch nicht zulassen. Mädchen, zuck doch nicht vor uns. Habt ihr euch entschieden? Grummel, grummel, grummel. Ja, ich denk. Junior, ich lasse dich echt hier stehen. Oh, what the fuck. Äh, ja, ich hab mich entschieden. Okay, dann registriere ich jetzt euch und eure Partner, Digimon. Okay. Wow, das sieht aber cool aus. Solchen Computer will ich auch haben. Willkommen bei Digimon Online. Jetzt beginnt die Registrierung deines Online-Accounts und Partner Digimons. Alter, ich fühl mich hier wie in einem MMO-RPG. Der Account-Name ist dein Name in der digitalen Welt. Okay. Wähle dein Partner Digimon aus einem der drei Starter-Packs aus. Ja, das haben wir auch langsam kapiert. Der Vorgang beginnt jetzt. Ja, wie nennen wir uns denn jetzt? Puh. Äh, jetzt muss ich erstmal gucken. Also, wir müssen hier entfernen. Wir nennen uns natürlich... Ach, komm, wir nennen uns Benni. Äh, ja, schreiben muss man können. Und zwar mit Y. Ich sehe immer wieder, dass manche mit I schreiben, dass Benni... Aber die Kurzform von Benjamin ist Benni mit Y. Da ist der Beweis. Ihr könnt es sehen. Bitte Dankeschön, Benni. Es beachtet. Obwohl es mir eigentlich scheißegal ist. Okay. Benni ist unser Account-Name. Puh. Ja, was nehmen wir denn? Puh. Hm. Puh. Scheiße, ist das schwer. Also, das will ich nicht, weil da ist irgendwie kein Drache drin. Also, ohne einen Drachen fühle ich mich einfach nicht wohl. Und ja, äh... Affe und Renamon... Puh. B oder C? Ja, äh... Ich mag... Oder hat viele Gewehre. Finde ich ja auch eigentlich cool. So ein Schütze. Hm. Ach, weißt du was? Ich nehme B. B wie Benni. Denke ich doch. Agumon, Renamon, Monmon. Monmon mit Gewehre. Das finde ich cool. Oh, na, okay. Nee. Warte. Nee. Wir nehmen B. Ja. Bitte registrieren. Ich finde Agumon cooler als Gilmon. Registrierung wendet. Jetzt... Geht jetzt bitte in die Kammer rein. Okay, Teddy. Ivy. Auf in die digitale Welt. Los, 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 los. Wir müssen zocken. Auf geht's. Los, los. Ey, warte, Junior. Ey, yo, Mom, B-Dog. Ey, ich bin noch nicht fertig. Wir lassen sie heiß, Kaisi. Kusanagi City. Kammer. Das sieht irgendwie weniger freundlich aus. Was geht denn hier ab? Wow, das ist also die Kammer. Alter, die Kammer. Kammer des Schreckens, oder was? Alter, ich hab kaum aufgehört, Harry Potter zu spielen. Schon kommt wieder Kammer. Aber jetzt können wir endlich spielen. Oh, wie aufregend. Yo, yo, yo. Mit welchem Namen seid ihr registriert? Ey, yo, äh, ich... Mit Benni, yo. Ich bin Benni. Benni, Benni. Benni, Benni, 5. Vielleicht kennst du mich ja. Ich bin auf YouTube. Und let's playe Sachen wie halt dieses Spiel hier. Vielleicht kennst du mich. Ich suche mal. Oh. Alter, ich hab dich wirklich gefunden, ey. Boah, du bist ja voll geiler Let's Player, ey. Boah, ich abonniere dich direkt, okay? Jetzt, äh, tritt erst mal die Kammerkapsel da. Dann kannst du endlich zocken. Jo, man. Können, machen wir. Aber das machen wir, nachdem ich einen Schnitt gemacht hab. Bis zum nächsten Part.